gut wie hier ist wieder johnny und willkommen zu neuen bg commentary wir sind hier ja schlacht und wir näher ist jetzt sind wir auch zu zehn sehr schön das gehen wir gucken wir haben ein ausfall und die alis haben auch ein ausfall der rest ist da fehlt noch ein bisschen und dann rest ist so la la beziehungsweise rest ist auch noch in ordnung so 50 bis 100 kam er und dann wäre es eigentlich top so genau die haben auch priest wir haben ein worry noch das heißt der herz geskillt wir haben noch drei prozent extra außer da ist keiner drin einer muss genau das ist der shadow er ist das stelle okay gut tut mir zwei leid für ihn aber einer was dürfen und hat angenommen hat angenommen sehr gut okay unsere beiden schurken gehen rüber wenn ihr das nicht kriegen gut das heißt wir müssen das hier aber lange halten direkt auf den priest hier hinten hae ist dann jetzt sind wir bei den mage auseinander alter schweb babbel äh fickt euch match kick auf feuer zurück auf den priest ah ok der stirbt nicht charme nicht nicht kicken ist dann hand auflegen auf und stirbt auch nicht hier stirbt halt nix wir verrecken jetzt gleich ja ich hab nix mal alter schwede ok gut rox hätten uns wahrscheinlich sehr gut helfen können naja gut sie haben lt getappt jetzt müssen sie lt auch nur halten und dass die jetzt natürlich bw haben ist klar also alle lt dann rüber so komm oh die augen drehen so ein bisschen also nicht wundern wenn ich immer so komisch blinze aber mitten im zwerg kann man da schlecht ran ich brauche ja beide hände an maus und tastatur mädels geht nicht ww rüber wir müssen lt ok da ist einer schnell rüber ja die haben schon ein paar laden ist okay der ist tot was machen die alles da kommt der ink äh der priest ist hier ich nehme unseren rüst mal als fokus hop ihn direkt bist du rough kannst du vergessen nein tötet es tötet es tötet es ist da kein der mensch drauf gewesen ich halte die einfach mal hier ein bisschen auf ok und weg hier oh was ist unser priest i need healing oh 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 leute wo seid ihr denn warum es ist hier keiner ok gut jetzt weiß ich warum da keiner ist ist einfach keiner hier ist ja klar der hier kriegt 25 auf die fresse halt hat nur sich useless boy was die man hat das ganz normal dass du useless bist jetzt haben wir lt verloren gut ist ja logisch toll jetzt darf unser heiler hier hinten auch ja oh hör auf du scheiße evoker äh äh verreckt nochmal ein stunner der oh ey komm raus geil das war wichtig für die moral was der noch verreckt was der noch verreckt so verschiebe pose wo die haben nur 300 punkte so wo waren sie hin heiler müssen hier immer flexibel sein es kann halt echt mal sein dass zwei inken äh dass man zwei heiler brauchen an einer stelle und da wirklich drei kannst du sagen kannst du sagen mine mine ist eng da ist doch jetzt niemand mehr lol ja der doch drei komm beweg dich komm beweg dich noch mal den palli hier platt da nehn auch nochmal wenns kurz ist mal gucken ist die aufnahme wieder da die aufnahme ist wieder da okay weiß ich ob wir das noch sehen können grafikalisch geschmiert ich gucke mir die aufnahme nachher mal an also entweder lad ich so geht es noch oder es fliegt runter ihr werdet sehen jetzt haben so wwe gut wir haben aber ein puffer so ist es nicht oder du stirbst jetzt ist der nächste das toter muss weg das kommt noch weg das charme kommt weg hat die kommt weg der hunter kommt weg und jetzt direkt weg hier na komm out of combat bitte danke jetzt bekomme also die aufnahme läuft noch also dieser grafik karten treibers davon abgeschmiert ich bin wieder ein bisschen overglocken und naja scheinbar ist doch etwas zu niedrige spannung muss ich gleich noch anpassen wo du gefälligst mal den in ruhe tappen ab einfach alter spieler tippt ja genau an da kann uns nicht alle aufhalten so schon haben wir es geht doch ich immer richtig reingehauen nö gar nicht schade ich dachte ich möchte ich vermöbelt so ich glaube die haben jetzt aufgegeben ich weiß auch gar nicht ob die mine 3 ist ein heiler nö das ist kein heiler ist natürlich scheiße beide scheitern die mocker kümmer gerade nicht der versteckt zu schneemlisch jetzt wieder aufs maul ne ich gehe weg hier weg verschieben direkt kommt out of combat danke 9 7 6 6 6 6 7 8 8 Qua Ach Du brauchst da gar nicht rumprobieren Du kriegst direkt aufs Maul Das Ding hole ich mir Kannst du aber Gift drauf nehmen Uff Kein APP Aber sowas von Uff Ja das stinkst du echt Wenn sie nichts mehr reden Da müssen wir alle drei jetzt kriegen Und zwar wirklich halten Ach ich bleib gerade hier Alter Schwede Uh Das ist wirklich knapp Hohoho Hab ich mir wenigstens aufs Maul gegeben Ja ein bisschen mehr als eben Schade Da finde ich es schade Dass ich nicht im Schnitt 30% Grid Baseline hab Weil dann würde das alles richtig weh Dann wären mehr Crids dabei Ich könnte auf Grid gehen So ist es nicht Aber dann sind die Zahlen niedriger Weil ich dann hier 20% oder so nachlass Äh verliere 25% Ja schön Und jetzt Komm her Gibt da die Evoker Lass doch den Evoker Evoker sein Du wirst Wahrscheinlich Bist du nicht besiegen Bin mal gespannt Ja Der ist jetzt safe Okay 450k HP Ich hab den Kilo geklaut Nur 7 Gar nicht viel Aber es sind noch gar nicht so viele Leute 30 knapp Wer sie Okay gut Da ist der Win Dann Ja Also deutlich war es jetzt erstmal nicht Aber wir haben die Zacks halt immer gewonnen Wir haben die Punkte gehalten Vor allem am Anfang Und ja Ich sag dann wie immer Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Video Im Lesen Tschüss Und bis zum nächsten Video